hallo und herzlich willkommen zurück bei bloody dem erklärbär heute geht es mal wieder um ein kleines tutorial beziehungsweise eine mod vorstellung im hintergrund habe ich eine kleinigkeit gebaut jeder von euch will sich irgendwann mal eine basis bauen und wird an ein problem stoßen und zwar luftdichtheit beziehungsweise airtightness es ist eigentlich nicht so ein problem aber hin und wieder kann es echt frustrierend sein deswegen habe ich einen kleinen mod gefunden oder gesucht und dann auch gefunden mir den angeguckt und ich glaube der ist für euch sehr sehr interessant deswegen schauen wir mal das ist eine spitzen angelegenheit und ich freue mich endlich mal wieder ein tutorial zu machen mein let's play hat nicht ganz schön gefesselt die letzte zeit und fangen wir mal an also ihr habt euch eine basis gebaut ob die jetzt so aussieht oder anders spielt ja keine rolle glasfenster gesetzt ein bisschen sonne die solarzellen alles weit ganz toll jetzt geht ihr hin das war's tor macht nix auch gut er hat das alles angeschlossen mit rohren und denkt ja man gehen wir mal hin und lassen mal luft in den kasten hier rein die zwei sauerstoff tanks die sind nur hier innen drin verbunden befüllt habe ich die indem ich hier das tor aufgemacht habe und habe dann hier oben die pressurize oder entlüften angemacht dass die voll gedrückt werden ihr seht ihr auch das nicht komplett voll das ist sehr wichtig für einen raum und vor allem wenn ihr das haben wollt dass die luft auch eingesaugt werden kann immer darauf achten dass ihr platz da drin habt ok thema luftschleuse komme ich gleich noch mal drauf ja jetzt habt ihr ein problem und zwar wir gehen hin und gucken mal hier rein und ihr seht room pressure pressure not pressurized das ist immer das zeichen dafür der raum kann nicht unter druck gesetzt werden weil die irgendwo ein lag habt jetzt habe ich mir den mod organisiert bild info extra block information und digi oder digi ich verlinke das auch noch in der video beschreibung da müsst ihr nicht lange suchen ja was kann dieser mod und zwar zeigte informationen über blöcke und funktionsobjekte funktionsobjekte werden jetzt zum beispiel hier so ein tank hier programmierbare blöcke zeitschaltuhren konsolen et cetera et cetera alles was wirklich irgendeine funktion hatten nicht irgendwelche stahl blöcke darüber allerdings auch zum beispiel was zeigt der gewicht und ich zeige euch das mal geben wir mal hier drauf da seht ihr schon unten kann ich irgendwo hingehen muss ein bisschen dunkler ist ja so denke ich mal kann was ganz gut lesen wenn ihr jetzt einen ganz normalen firma vier block habt oder einmal einmal 1 seht ihr der wiegt 500 kilogramm in der leichten variante besitzt die größe die bauzeit sind vier sekunden mal zwei weil das jetzt gerade eingestellt ist also ihr könnt ja auch die welding geschwindigkeit und sowas in konfigurationen vom game einstellen auf fünffache geschwindigkeit einfache realistisch et cetera das wird ja angezeigt in der klammer mit dem x2 deconstruct speed 40 prozent also zum abbauen braucht ihr 40 prozent länger die integrity integrity aber ich weiß nicht genau wie man das wort ausspricht auf jeden fall ist es die stabilität oder die hit points schadenspunkte 2500 hält so ein leichter block aus wenn man schwere nehmen gucken wir mal jetzt man schweren mit hier rein jetzt seht ihr schon das gewicht ist auf 3,3 tonnen angestiegen brauchen ein bisschen länger beim bauen ja die stabilität liegt bei 16.500 schadenspunkten wird die formel yes heißt wenn der block schaden nimmt verformt er sich nicht jeder block anders ich glaube so ein triebwerk hier zum beispiel gucken wir doch mal rein die formel no ok und da seht ihr auch schon direkt was das ding wirklich kann er tätnis phase 4 von 14 seiten sind luftdicht die power die benötigt wird in 2,36 megawatt idle also wenn er im stillstand ist oder nichts tut 2 watt priority trust 7 von 9 das kann ich jetzt gerade nicht ganz so zuordnen aber es heißt wohl irgendwas die kraft sind 420 kilo newton die auslösen kann dampener factor 1 ich denke mal das ist der bremsmoment also wenn ihr anfang zu bremsen ist das überlegen ein faktor keine ahnung ja 100 prozent maximal trust in atmosphäre 0 trust below 30 prozent atmosphäre also ab 30 prozent höhe nein ihr seid hoch genug die atmosphäre sinkt auf 30 prozent und dann hat er keine kraft mehr ja flame max distance 3,59 meter das ist der schadensradius wenn ihr thruster schaden angestellt habt sind das knapp 3,6 meter ein block hat 2,5 also braucht ihr zwei blöcke abstand ihr seht ihr kriegt jede menge informationen jede menge informationen ist eine schöne sache wenn ihr vor allem energie berechnungen hier power output 15 megawatt wie viele reaktoren brauche ich wenn ich jetzt davon welche gesetzt habe könnt ihr mal kurz ein zettel nehmen und euch das zusammenrechnen ok dann gibt es nämlich keine bösen überraschung ok das war das jetzt kommen wir zum eigentlichen warum ich dieses tool mir besorgt habe oder diesen mod ist ja kein tool und zwar airtightness warum kann ich jetzt hier nicht warum kann ich den raum nicht unter druck setzen also ist hier irgendwo ein leck und wer ein adler auge hat hat jetzt gerade schon eine kleinigkeit bemerkt und zwar hier unten steht er liegt scan status ready to scan mit diesem tool ist es möglich euer luft loch zu finden da steht stopp und find wenn ich jetzt einfach mal auf find gehe ganz schön gemacht dann folgen wir mal diesen pünktchen und irgendwo hier hinten habe ich ein loch ja da ist ein loch aber ist auch ein fenster gesetzt und das ist das gemeine bei diesen fenstern wenn ihr die setzt die sind nicht immer hundertprozentig luftdicht so dann gehen wir mal vor die tür ok dieses fenster ist nicht luftdicht ja und man sieht auch relativ gut an welcher stelle es rauskommt und zwar hier diese seite ist nicht luftdicht würden wir es denn luftig bekommen wenn wir da einen block hinsetzen allerdings er geht kein block hin und ihr seht auch es hat wieder aufgehört das geht nur ein paar sekunden aber ihr wisst zumindest wo ihr jetzt ansetzen müsst machen wir doch einfach mal das fenster weg dem block raus und wir setzen einfach mal einen normalen block da rein was ihr dann dahin macht ist euch überlassen aber auf jeden fall das war jetzt ein leck so scannen wir noch mal ihr verliert doch in dem moment keine luft das ist nur quasi eine simulation ok ja klar da habe ich auch noch so ein fenster dann löschen wir diesen block wir löschen das fenster und setzen hier einen block rein also da drüben scheint funktioniert zu haben stopp und wieder an und wir haben noch ein leck ja klar das ist ein riesengroßes leck weil die türen offen sind so Tür zu Tür zu und das hat auch direkt wieder aufgehört und der raum steht unter druck area is sealed sehr schön also luftdicht sehr schön ja kurz aber bündig so jetzt habt ihr natürlich das problem jedes mal wenn die tür aufgeht würdet ihr den kompletten luftdruck hier drinnen verlieren deswegen kommen wir zum zweiten punkt und das hier ist jetzt black's aggressive airlocks ich habe es in meinem let's play auch benutzt oder benutze es da auch hin und wieder schmiert es noch ab aber das liegt wahrscheinlich an der masse die ich da benutze und zwar ist das script aggressive airlocks für luftschleusensysteme da und ein sehr sehr komfortables ist vom ersteller black mode und da hatte ich da echt ein bisschen gedanken mit gemacht und zwar die tags da sollte man immer mal ein auge drauf werfen ansonsten müsst ihr da nicht all zu viel beachten und zwar al und ignore so das kopiere ich mir mal al kann ich mir merken ihr braucht für dieses skript noch eine zeitschaltuhr er arbeitet wohl dran das weg zu machen allerdings gibt es damit noch probleme dass wir sehr viel sauerstoff zwischendurch verliert auto closing doors 2 simple airlocks 0 advanced airlocks 0 extended advanced airlocks 0 fenster und wann das wieder geupdatet wird hier seht ihr noch ein paar ähm argumente die ihr zum starten benutzen benutzen könnt standardmäßig sind es zweieinhalb sekunden die eine tür offen ist seht ihr die haben sicher auch wieder geschlossen so ich mach mal kurz auf es dauert zweieinhalb sekunden und die tür geht wieder zu gut jetzt habe ich hier allerdings schon eine luftschleuse konzipiert und zwar hier innen drin der lüfter da geht es zu und hier ist ja die außentür und jedes mal wenn ihr jetzt die außentür aufmachen würdet wird ja die luft die hier drin ist nach außen entweichen das wollen wir natürlich auch nicht wir wollen ja sparsam arbeiten hier ist ganz schön duster drin ok das machen wir indem wir hingehen und sagen bei der tür raute al damit sagen wir das ist eine area lock außenbereich dasselbe machen wir hier bei dem lüfter und jetzt weiß das skript dieser lüfter gehört zu dieser tür und die hier können wir einfach normal offen lassen oder unverändert lassen so jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein auto closing doors das ist jetzt eine ganz einfache luftschleuse also ihr braucht da nichts anderes machen die türen gehen immer wieder zu allerdings wenn ihr jetzt einen lüfter drin habt oder dieses al reingemacht habt dann war ein update der in drei sekunden gut da sieht folgendes seht ihr advanced airlock 1 simple airlock wäre ohne lüfter genau das mache ich immer auf also wenn ich den lüfter jetzt hier das al weg nehme dann würde nur diese al tür außen also mit al ist halt airlock gekennzeichnet raute al und diese tür macht ihr die tür auf so luft entweicht oder kommt rein dann macht ihr die auf hinten geht zu und die luft kann nach außen entweichen das wollen wir natürlich nicht deswegen habe ich hier den lüfter auch noch mit al gekennzeichnet und so wurde es eine advanced airlock denn so der raum steht noch unter druck kontrollieren wir mal so jup room pressure area is sealed so gehen wir hin machen die auf und gehen mal raus seht ihr der raum hat keine luft so hier haben wir jetzt natürlich ein problem airlocks machen auf der erde keinen sinn das ist ja eigentlich klar der raum bleibt auch in diesem status weil die tür jetzt hier vorne ist noch an wir werden jetzt draußen so ich gehe nicht raus damit der tank nicht voll gesaugt wird jetzt gehe ich hier hin und die tür ist auch noch an oder ne ja es ist an da ist kein ich habe eine rot grün schwäche ich weiß nicht ob da jetzt ein unterschied ist so seht ihr die tür ist eben kurz ausgegangen und wieder an und so können wir das spiel die uns zeit treiben so da geht es zu da geht es auf oder beziehungsweise der raum wird leer gesaugt Tür geht auf Tür geht zu das hört auf so machen wir die tür auf jetzt wird der raum unter druck gesetzt jo okay jetzt haben wir das problem dieser große hangar jetzt haben wir ein auto gebaut oder ein anderes flugzeug was auch immer und dieser hangar wenn wir den aufmachen würde ja hier den ganzen Käse auch vernichten der luft das machen wir indem wir ein bisschen was gruppieren und zwar müssen wir äh den lüfter jetzt weiß ich nicht mehr welche lüfter doch der und der dann sliding door äh ich weiß nicht mehr genau welche wir gruppieren müssen auf jeden fall die hangar tore müssen miteinander gruppiert werden und die inneren türen ähm das müsste die da sein so blockgruppe nennen wir es einfach mal Luftschleuse da speichern okay ähm die hangar tore selber müssen mit AL gekennzeichnet sein beziehungsweise nur einer das würde lang solange die in der gruppe sind langs wenn ihr eins gruppiert habt mehr muss das skript gar nicht wissen und halt die innere tür sprich die hier okay jetzt kommt der clou wir brauchen nur ein hangar tor nicht die ganze gruppe und sagen auf und zu tada es wird eingesaugt ist die luft drin in der raum bei low geht das tor auf ja und ich denke mal so soll es sein so verliert ihr keinen sauerstoff und dasselbe machen wir hier außen auch mal äh dich weg und hier auf und zu so die hangar tore schließen nicht nach zweieinhalb sekunden automatisch ich denke mal ihr könnt euch denken warum ich mein ihr fahrt raus habt irgendwas nicht im blick seid nicht schnell genug crash genau okay das war's auch schon mit der mod vorstellung ein kleines tutorial okay macht's gut wäre super wenn ihr ein däumchen oben da lasst oder unten füllt die kommentare mit euren gedanken oder anregungen dazu ich hoffe es hat euch gefallen und es war nicht allzu unübersichtlich ich würde mich tierisch über ein abo freuen wenn ihr eins da lasst oder über jedes lebenszeichen von euch auf meinem kanal alles klar macht's gut ich bin bloody das war space engineers ciao ciao und